DemoTapes Finde den Fehler an Katrin Der Joint in deiner Hand ist nicht, der Strang an dem wird ziehen Finde den Fehler an Katrin Die Welt wird wieder klarer, wenn die Wolken sich verziehen Hallo liebe Menschen, liebes Internet Mein Name ist Sven Bünger und ich freue mich wirklich sehr, dass die Anne de Wolf mich gefragt hat Ob ich bei ihrer Plattform DemoTapes.org mitmachen möchte und etwas beitragen möchte Und das möchte ich sehr gerne, weil ich auch finde, in letzter Zeit ist es notwendig, dass man sich äußert Und nicht einfach nur bei Facebook rumguckt und sich ärgert Und aus diesem Grunde habe ich auch diesen Song geschrieben Finde den Fehler an Katrin, den ich hier zur Verfügung stelle Und bei diesem Song geht es ja um die Anne Katrin in jedem von uns Und vor allen Dingen auch die Anne Katrin in mir Und wo es wirklich darum geht, nicht nur zu labern, sondern was zu tun Deshalb vielen Dank nochmal Anne de Wolf, dass du mich gefragt hast Ich hoffe, viele Bands werden sich hier noch finden und tolle Songs zur Verfügung stellen Und dass wir dafür kämpfen, dass unsere Demokratie so bleibt, wie sie ist Denn die ist uns ja sehr wichtig Schönen Tag, Tschüss Vielen Dank